Hallo, mein Name ist Charlene Stephens und ich bin zum zweiten Mal im Seminar bei Wolfgang Staud. Und ich erstaune, wie ich jedes Mal dazu lerne. Heute konnte ich sogar eine Weinsorte erraten, was mich total stolz gemacht hat, weil früher hätte ich beim Riechen oder Schmecken nicht unbedingt unterscheiden können, welche Rebsorte das ist. Und heute hat der Riesli mich total geflasht. Es hat so viele verschiedene Seiten, die ich gar nicht kannte. Und es macht einfach Spaß. Also ich bin schon vorher ein Weingenießer gewesen und jetzt noch mehr. Und ich freue mich schon auf den nächsten Schritt mit Wolfgang, nämlich seinen Online-Kurs. Ich werde dabei sein und ich hoffe, wir sehen uns dort, weil es wird sicher super Spaß machen, aufschlussreich und freudig sein. See you there. Bye.